Das ist der tolle Eldor. Eldor brüßte uns schon freudig. Eldor frisst sehr gerne. Er hat hier noch eine alte Bissverletzung, die ist aber verheilt. Nimmt sehr schön Leckerchen, aber ist auch sehr zutraulich, lässt sich überall anfassen. Ist ein ganz, ganz netter Kerl. Oh, er genießt es. Ist das schön. Eldor sehnt sich so sehr nach einer netten Familie. Kinder bitte größer.